Hallo Freunde vom Unterbergkongress, hier spricht Johann Neppermog-Meyer. Ich bin heute zu Gast als Redner und als Vortragender. Ich komme noch dran mit meinem Vortrag Transzendenz, der ist ja aktuell auf Magde Schienen. Und ich wünsche allen, die diese Filme, diese DVDs und natürlich diesen Kongress hier verfolgen, viele Einsichten und neue Erkenntnisse. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020